jo moin leute herzlich willkommen zum diesen predictions zum dfb pokal bonus predictions für die neue saison 20 22 23 los geht's wer erreicht das halbfinale fc bayern münchen borussia münchen labbach borussia dortmund und eintracht frankfurt und wer gewinnt den dfb pokal allerdings die xxl ausgabe von dem hier und der dfb pokalsieger 20 22 23 ist der fc bayern münchen herzlichen glückwunsch so das war's vom dfb pokal mit dem bonus predictions für die saison 20 22 23 so wenn euch das wieder gefallen hat belasten du mich ja nach unten da vergesst keiner wo dann nehme ich die glocke die nicht vergessen habt ihr wen dann verpasst ihr keine benachrichtigung auf diesem channel und bis dann gut kick ciao